Hi, Okenki desu ka. Watashi wa Peru kara kimashita. Ich bin Christian, ich komme aus Peru und heute zeige euch La Samponia. Das ist die Pan-Flöte. Und heute präsentiere ich mit meinen Bergaschen und Fuß ein südamerikanisches Stück im Rhythmen von Tuntuna. Er ist die erste Kunde. Der Name ist Christian und die Pereo-Samponia. Die Pereo-Samponia. Der Name ist Tuntuna. Percussion, und die Pereo-Samponia. Einmal zusammen mit dem Team! Bitte schön! Danke schön!